Mein Name ist Paul Schaner. Ich wurde geboren am 11. März 1980 in Scheibs, Niederösterreich. Ich war österreichischer Meister und Pokalsieger mit Austria Wien, Pokalsieger mit Brand Bergen in Norwegen. Ich habe 221 Spiele in der englischen Premier League bestritten, 21 Tore erzielt und mit Vegan Athletic den FE Cup gewonnen. 40 Mal stand ich im österreichischen Nationalteam. Das sind die Fakten. Aber Sie kennen mich vielleicht auch anders als den angeblichen Skandalprofi Paul Schaner, der sich permanent mit Tränen angelegt hat. Welches Bild mögen Sie von mir haben? Einer der Grundfragen, der ich in diesem Buch nachgehe, lautet Wie viel Charakter und eigene Persönlichkeit kann man sich als Fußballer eigentlich erlauben? Wie viel Charakter und ein Spiel gemacht hat? Was das ist mit Samstag? Ich mache die Fakten. Ich habe die Fakten. Ich habe eine Art von Samstag. Wie viel Charakter, die für Charakter am besten. Man kann nicht nachden.